Der arme Kerl war bestimmt stinkgesauert, dass er mit seiner Frau zu uns musste und jeden mal an die Cross-Hard geht. Er hätte auch in die Große Halle gehen können, er spielte Knaur Kator, kennt ihr die? Das war auch lustig. In diesem Sinne, wir haben gedacht, wenn wir schon so Geschichten erzählen, müssen wir wenigstens mal spielen, was nicht so ist wie jetzt. Nur mal so etwas. Das war auch lustig. Das war auch lustig. Das war auch lustig. Das war auch lustig. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020